hola mi amores heute will ich euch ein augen tutorial machen um euch zu zeigen wie ich auge zeichne augen zeichne augen ich bin sehr so wir haben jetzt dings bungs unsere gesicht kannst du ein strich machen und dann sowas und ja dann machst du so eine bogen ja dann machst du so einen ja das machst du jetzt wort ja so soll das ende aussehen war vielleicht irgendwie zu schnell und ja dann keine ahnung augepupille die augen sehen gar nicht so gleich aus liegt hundertprozentig daran weil ich soft auge gemacht so für leute die sie so scheißen ich bin so scha ich bin ich mache dann sind lasst uns ein e-mail machen es sieht so aus als ob irgendwas fehlt seifenblasen nee da habe ich gelogen ich fühle mich langsam crunch ja das bist du hola mi amores und heute möchte ich mit euch haar tutorial machen lass uns beginnen neymar habe ich dich verletzt ich habe dich nie gefragt also ihr macht immer so ein strich weil es passt einfach dann macht einfach so welche striche es ist schwer euch zu erklären aber ich kann so machen das einfach dann ja könnt ihr so machen das gleiche macht ihr hier ja hier und so und ja könnt ihr so machen so ja so so ihr könnt das gleich auf die andere seite macht also so 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 das war hier zu viel mehr da könnte er details machen so wie ein paar details hier ein bisschen raus hier bisschen raus hier bisschen rauss hier bis hier oder noch so so danach hier bis hier da bisschen und da da so und ja so könnt ihr haare machen die sehen nicht gleich aus weil es nicht gleich machen müsst. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Adios. Hola, mi amores. Keine Ahnung, warum ihr Fußtutorial wollt, aber wer weiß. Aber um das irrenlos zu machen, haben wir einen neuen Gast. Früher war der Gast Gustav. Jetzt haben wir Neymar. Freust du dich auf den Fußtutorial? Du scheißen Kind. Das ist sehr lieb von dir. Lass uns beginnen. So, die Füße machen wir so. So, also einfach kreis, so kreis. Und jetzt hier kreis, kreis. Ist das schön, blind zu sein? Halt dein... Ey, lass uns weitermachen. So, jetzt kommt das Richtige. Wir machen jetzt so. Und jetzt noch so. Also, du machst einfach so welche Kurve. Und hier gleiche, so. Und jetzt einfach so. So habt ihr Pferdebeine. Und jetzt zeige ich euch, wie man echte Beine macht. Also, diese normale. Fräulein, die reden hier doll. Also, jetzt macht ihr einen Kreis. Und hier auch einen Kreis. Jetzt macht ihr hier einen Kreis. Und hier einen Kreis. Und so hast du Beine. Adios. Und nehmt alles mit Humor. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach. This music the only thing keeping in peace when I fall. This music the only thing keeping in peace when I fall in a piece. Look at the sky out of bed. All of the stars have a reason. All of the stars have a reason. All of the stars have a reason. And you sing with me Everybody, 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 stop Ooh, wow 潔やく,かっこよく,生きてゆこう That's a long, long time たとえ二人,腹ねばないで 皆はでも、世界レボリューション 怒りさすがあって she watch anime, catch her heart like Kizune so to Japan today, what are you gonna see Oh my God 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 ثلاث الرسم اللي أنصح فيها للمهتدئين عندنا أول style اللي هو إيمو style أشوف ينفع للناس اللي ما تتفضل لنا تحبر تحبير مرتب لتحبير أشوائي وسكيتشي أكثر اللي حلو فعله إن الجسم يعني نحيف ممرة فيه ذلك التفاصيل المعقدة أيضا الملامح والشعر جدا بسيطين والاستال الثاني هو style kit core الاستال هذا ما فعله جدا تفاصيل من ناحية الشعر أول وأول وجه يعني أيضا نقدر له تفاصيله بسيطة وأشوف إنه هيكون ممتع للناس اللي تحب ترسم أكثر شي بالرصاص وتضلل بالرصاص حتى المنابس ما فيها حتى كسور كثيرة وبالنسبة للثالث ثاني اللي هو هذا اسمه core core style الاستالي من ناحية الملامح نوعا ما يشبه الإنمي بكبرى العين نقدر نقوله لكن البرضو حلو في له إنه ما يعطي مرة تفاصيل كثيرة للعين وفقط نقدر نقول مربعين حرفيا أول شي زي ما تلاحظوا الأجسام تكون مرة عريضة في له وزي ما تلاحظوا هنا ما يعطوا مرة أهمية لرسم الأصابع فممكن يكون مناسب للناس اللي ما تحب رسم العيادة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة